Fass auf, hast du Macht? Denk an deine Familie, du brauchst einen Führerschein. Und einen Job braucht man. Guck wie er kehrt, guck dir das an. Hä? Bin ich zu geil? Ja. Ich bin egal, das ist alles egal. Ja, was ist denn sonst? Völlig gaga, völlig... Hatten wir schon mal. Er macht ihn rund und so weiter, das gehen wir alle zusammen. Allein so wie er fährt. Allein wie er fährt. Ach du, das ist von dem Abruf, meinst du? Ja, da vorne. Wir gehen nachher hin, zeigen wir... Der kommt ja... Der kommt ja... Ja, der kommt ja nach öfters, das ist ja das Problem. Der kommt ja nach öfters. Der kommt ja nach öfters. Guck wie er fährt. Guck wie er fährt. Einfach vor, nehmt ihm die Vortrag. Alles egal. Bis heute nehm ich die nächsten Container. Darf ich denn noch nicht drauf, oder? Ich bin der, der auf jeden Fall kalten. Ich bin der, der auf jeden Fall. Wie er ist mit dir auf jeden Fall? Berchtet von uns! Tja, Herr. Vielen Dank.